Liebe Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer, unsere Zentralschweizer Unternehmen sind die Corona-Krise mit einer zupackenden Haltung und der nötigen Zuversicht angegangen. Rasch sind innovative und aufwendige Schutzkonzepte in den Betrieben umgesetzt worden. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben privates Vermögen eingeschossen und haben einer teils massiven Verschuldung von ihrem Betrieb zugestimmt. Kreativ und dynamisch sind auch neue Geschäftsideen umgesetzt worden. Dank dem Effort der Unternehmen, der Unterstützung durch die öffentliche Hand und dem pragmatischen und disziplinierten Verhalten der Mitarbeitenden ist es bisher gelungen, Konkurs- und Entlassungswellen zu verhindern. Die Zentralschweizer Gewerbeverbände konnten in dieser Situation eine aktive Unterstützung bieten und wir begleiten die Entwicklung bei unseren Mitgliedern eng. Wir waren dankenswerterweise auch regelmässig in den Entscheidungsprozessen der Regierung eingebunden. In unserer Beurteilung stehen Gesellschaft und Wirtschaft jetzt aber an einem kritischen Punkt und darum wenden wir uns jetzt an sie. Die Entwicklung von Impfstoffen und die Existenz einer Testinfrastruktur schaffen eine neue Ausgangslage. Es ist jetzt möglich, die besonders gefährdenden Personen effektiv zu schützen und damit auch die Intensivstationen zu entlasten. Mittels breit angeleiteten Testaktionen und Contact Tracing können Infektionsreihen gezielt unterbrochen werden. Das alles sind positive Voraussetzungen. Was es jetzt aber noch braucht, ist eine zuversichtliche Haltung. Es braucht den unbedingten Willen von uns allen, Personen so schnell wie möglich aus dem Lockdown zu kommen und wieder einen kleinen tauglichen Alltag zu schaffen. Die Zentralschweizer Gewerbeverbände setzen auf ein evidenzbasiertes Handeln und eine zielstrebige Strategie. Diese besteht aus fünf Elementen. Eine konsequentes grossflächiges Testen. Eine rasche breite Impfung. Ein Schutz von besonders gefährdeten Personen. Ein Vertrauen in die Schutzkonzepte der Betriebe und Hygienemassnahmen von jedem Einzelnen. Die Umsetzung dieser Strategie muss jetzt aber rascher folgen. Es ist nämlich bereits eine starke Polarisierung der Gesellschaft festzustellen. Diese könnte zu schädlichen Spannungen führen. Gleichzeitig schadet der aktuelle Umgang mit der Pandemie der jungen Generation überverhältnismässig. Sie hat grosse Nachteile in der Schule, der Berufsfallprozess ist erschwert und der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist zum Teil gefördert. Unsere Zentralschweizer Unternehmen sind hoch motiviert, den aktuellen Lockdown schnellstmöglich zu überwinden und sich zusammen mit ihnen so aufzustellen, dass auch kommende Herausforderungen ohne Schliessungen überstanden werden können. Ziel muss ein permanent funktionierender Alltag sein, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Nur so können wir Arbeitsplätze erhalten, die Einkommen und Vermögen sichern, das gesellschaftliche Leben ermöglichen und damit letztlich auch die Volksgesundheit erhalten. Unsere Zentralschweizer KMUs sind bereit anzupacken und mit ihnen zusammen den Weg zu gehen. Der Aufschwung vor dem Kopf an und der Ausstieg aus dem Lockdown mit der richtigen Haltung. Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam arbeiten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.